Ja, das war jetzt das erste Spiel und wir haben halt sehr, sehr schlecht angefangen und haben halt die scoren lassen und durch unsere Fehler haben die halt geschafft, Punkte zu machen. Und wir haben es halt nicht geschafft, aus deren Fehlern Punkte zu machen und deshalb waren die halt deutlich besser in den ersten paar Vierteln. Aber jetzt im letzten Viertel zum Beispiel haben wir ja fast gewonnen, also haben wir da auch deutlich besser angefangen zu spielen, aber es war halt zu spät. Ja, wir haben, wie schon gesagt, gegen eine starke Polen gespielt. Unabhängig welches Jahrgang das ist, waren die einfach schneller, Reaktionsschneller, ihre Umschaltung war wesentlich schneller und smarter agiert. Ja, 35-1 im ersten Viertel habe, glaube ich, alles gesagt. Dementsprechend hoffe ich sehr, dass die Jungs jetzt wach sind zum Start des Turniers nach so einem Spiel. Schauen wir weiter. Schauen wir weiter. Auf Wiedersehen. Schauen wir weiter. Schauen wir weiter. Schauen wir weiter auf dieagit. Wir hatten wir. Schauen wir weiter nach. Der Schauen wir wieder nach so ein Spiel haben, für dich. Schauen wir weiter. Wir haben einen guten Rewang. Schauen wir weiter. und sehr guter vor allem in der ersten Klasse dann etwas aber möglich dass der 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 war das erste Teil der ersten Wochenende. Die ersten Wochenende war die ersten Punkte. Die ersten Wochenende haben sich eine gewisse Punkte bekommen. Das war es nicht so gut.